Also bei mir ist es definitiv ein interessanter Arbeitgeber, der mich hier halten würde. Ich komme auch aus dem Norden und würde dementsprechend auch schon im Norden bleiben wollen. Ob es jetzt genau Lübeck bleiben würde, weiß ich noch nicht. Aber es ist definitiv ein interessanter Arbeitgeber und eine interessante Position, die mich hier halten würde. Auf jeden Fall ein cooler Arbeitgeber, mit dem ich auch Spaß habe zu arbeiten und wo es halt einfach eine angenehme Atmosphäre ist. Ich denke ganz klar an einen Werkstudentenplatz, den ich auch angeboten bekomme. Im Moment ist das, beziehungsweise wo ich angenommen werde, im Moment ist das eher nicht der Fall. Und vor allem kein passender Studiengang, das ist das Problem. Und deshalb werde ich zurück in die Heimat gehen, weil da wird mein Wunschstudiengang angeboten. Auf jeden Fall ein guter Job, niedrige Mietpreise und eine schöne Stadt wie Lübeck. Mich könnten attraktive Stellen halten. Leider gibt es nur keine im Bereich Automobilbranche. Daher wird es mich leider eher in den Süden ziehen, obwohl ich den Norden doch ganz gern mag. Ich denke, das wichtigste für mich ist, dass ich einen Job bekommen habe, das in meinem Feld der Studie ist, das ist Biomedical Engineering. Und ich kann, dass ich etwas sinnvolles arbeiten kann und in diesem Feld lernen kann. Ich denke, das ist das wichtigste für mich. Lübeck ist einfach eine kleine, niedliche, schöne Stadt und passt damit zu mir. Deswegen.